Okay, perfekt. Was darf es denn für Sie sein? Ja, ich nehme einmal die Nummer 40, also die Pizza, und kannst du extra viel Käse nochmal raufmachen? Dankeschön. Aber natürlich, ist kein Problem. Oh, 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 kannst du noch Ananas auf meine Pizza raufmachen? Ist kein Problem, Ananas kommt... Moment mal, was? Warte mal ganz kurz, Sekunde, Sekunde. Du wolltest Pizza mit Ananas essen? Ja, Junge, das schmeckt zu gut mit Ananas. Nein, Junge, das macht man nicht. Ananas gehört nicht auf eine Pizza. Da muss ich aber Ihrem Kollegen wirklich zustimmen, sie vergewaltigen meine Augen mit dieser Pizza. Ja, okay, ich esse die ohne Ananas. Zufrieden? Natürlich nicht, Junge, du wolltest Pizza mit Ananas essen. Wer macht sowas?